Der Islamist, Aktuarium, mal schauen, wann sein Verfahren jetzt wegen Volksverletzung ist, in der nächsten Instanz, vor dem Landgericht, müsste das dann in Oldenburg sein, glaube ich, in Delmenhorst hatte er vom Amtsgericht Ärger, hat ein Video, Aktuarium im Verfassungsschutzbericht, mein Interviewangebot an den Verfassungsschutz, das ist ja wieder ein toller Mist, bin ja mal gespannt, was er da von sich gibt, der böse, böse Verfassungsschutz, oh nein, Hallo zusammen, dass der Kanal Aktuarium hier schon seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wissen wir spätestens seit 2020, damals gab es eine kleine Anfrage im Bundestag, in der es unter anderem auch um Aktuarium ging und damals war die Antwort, ja, Aktuarium wird beobachtet. Natürlich wirst du beobachtet bei dem Scheiß, den du von dir gibst und diese wirklich ekelhafte Hetze. Aber in den Landesverfassungsschutzberichten, Bundesverfassungsschutzberichten sowieso, wurde Aktuarium niemals namentlich erwähnt. In einigen Landesverfassungsschutzberichten, etwa in Bremen und Niedersachsen, wurde Aktuarium immer so ein bisschen kryptisch erwähnt. Da gibt es jemanden, der macht Videos über Themen wie LGBT, Israel und Deutschland relevante Themen und da kommen als Zuschauer in YouTube Zuschauer von ganz verschiedenen ideologischen Richtungen zusammen, aber der Name Aktuarium selbst fiel bisher nie. Es ergab sich nur aus der Erschreibung. Ja, dann zieht sich wohl die Schlinge mal zu jetzt nach der ersten Vorurteilung. ... dass Aktuarium gemeint war. Das ist nun diesmal erstmalig anders. Im neuesten Verfassungsschutzbericht von Niedersachsen 2023 wird Aktuarium, wie ihr hier seht, namentlich genannt. Ach, das schaue ich mir mal kurz in dem Bericht an, dann gehen wir doch mal rüber. Aktuarium steht da wirklich drinnen? Wo finde ich das denn? 23? Ich habe den aus Niedersachsen. Hä? Wo? Bei Islamismus. Dann schauen wir doch mal bei Islamismus. So. Wo haben wir ihn denn? Hä? Moment. Moment. Ich finde ihn da drin nicht. Also ganz ehrlich, bin ich jetzt ein bisschen deppert. So, da haben wir es endlich. Ah, Muslimarkt, da haben wir das Theater. Wunderbar. So, Muslimarkt, das gehört ja auch hier zu seinem Umfeld. Das ist ja sein Vater, glaube ich, oder Onkel. So, haben wir ja vorher noch irgendwas. Das IZH, das passt auch gut mit dem radikalen Schiiten. Muslimarkt hier behandelt es sich um ein wichtiges deutschsprachiges, in Delmenhorst ansässiges Inhaltportal, welches mit Nachdruck die Politik des iranischen Revolutionsführers Ali Khomeini unterstützt. Durch Verlinkung bewirbt es zudem diverse junge deutschsprachige Online-Plattformen, Kanäle, bla, bla, bla. Wie, so viel Aktuarium. Ja, das ist nämlich hier sein, das ist die Familie. Und pro-iranisch, antisemitisch, antisraelisch und LGBTQ plus kritisch beziehungsweise feindlich. Und dann hat er seine eigene Erwähnung. Bei Aktuarium handelt es sich um einen deutschsprachigen YouTube-Kanal, bla, 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 der übliche Müll. Reichweiten unter Anhängerinnen und politischer und politischer Anschauung. In zahlreichen Beiträgen wird dem Staat Israels Existenzrecht gänzlich abgesprochen und in Rahmen israelbezogenen Antisemitismus verbreitet. Das stimmt auch. An Israel gerichtete Schuldzuweisungen erfolgen einseitig und undifferenziert zu werden. Zum Beispiel die am 7. Oktober von der Hamas verübten brutalen Anschläge auf Israel in verherrlichtener Weise als Akt des Widerstandes dargestellt. Genau. Das sind Straftaten übrigens nach § 140 StGB. Andere Veröffentlichungen auf dem Kanal zeichnen sich unter anderem durch eine deutsche Ablehnung bis hin zu einer Diffamierung und Hetze gegenüber Personen aus dem LGBTIQ plus befürworteten Spektrum aus. Die Kanalinhalte stellen damit das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und zum Gedanken der Völkerverständigung in Frage. Was die Basis bietet übrigens für ein Verbotsverfahren. Und dann gehen wir dann direkt mal weiter, was er dazu sagt. Interessant, dass er das oben noch nicht zeigt. Mal mit einer gewissen Beschreibung und Begründung, warum denn bei den insgesamt 488 Seiten auch eine Seite ungefähr an Aktuarium gehen muss. Wir werden einmal durchgehen. Was ist es hier? Was ist dazu zu sagen zu ihrer Beschreibung? Und dann am Ende des Videos möchte ich direkt an den Verfassungsschutz mich wenden und ihm... Ja, das ist wieder nur Propaganda. Der Verfassungsschutz weiß schon sehr genau, was du machst und ich teile übrigens 100% die Einschätzung. Das ist eine sehr, sehr gute Analyse dieses Schmutzkanals. Ein offenes, ehrliches, transparentes Angebot machen. Okay, legen wir los. Aktuarium. Bei Aktuarium handelt es sich um einen deutschsprachigen YouTube-Kanal. Das haben wir selbst schon vorgelesen, das brauchen wir jetzt gar nicht. Allah auf Hezbollah oder Hezbollah ist nicht wirklich unser Thema, sondern es geht um den Widerstand gegen Israel und sowieso natürlich darum, dass ich Hezbollah und auch Hamas als Widerstandsorganisation sehe gegen Israel und israelische Invasion und Apartheid. Und nicht ein klassischer anti-israelischer oder israelbezogener Antisemitismus, was er da äußert. Einfach nur als böse Terrororganisation, als die sie hier eben geframed werden. Der würde sich bestimmt gut mit Thomas Gast verstehen, der ja auch die Hamas so verharmlost. Anti-israelischen, anti-semitischen, es geht nur um Israel, ja. Die ersten Adjektive sind alle schon mal nur Israel hier. Und anti-LGBT-IQ-Plus-Inhalten erscheinen Beiträge zu gesamtgesellschaftlich anschlussfähigen Themen. Ja, also wir haben hier Beiträge zu sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. Ein bisschen kleinlich hier als Zuschauer von allen möglichen. Ich finde es interessant, dass er das mit dem Muslim-Markt nicht erwähnt, denn das ist ja auch Teil seiner Familie. Richtungen Nicht-Muslime, deutsche Rechte, vielleicht auch altdeutsche Linke. Viele, so LGBT-Mainstream-Linke sind wahrscheinlich eher selten Zuschauer oder nur dann, wenn sie die Videos melden oder Anzeigen machen möchten. Verschiedene aus der Mitte. Wir haben hier verschiedenste Zuschauer zusammengesammelt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Schön, dass hier es hier nochmal amtlich bestätigt wird, gegensätzlicher politischer und ideologischer Anschauung. Das wollte ich schon immer machen. Und zwar deswegen, weil ich gerne Leute sammeln möchte, die trotz ihrer verschiedensten ideologischen und politischer Standpunkte ein gemeinsames Interesse haben an ihrem Land, in dem sie leben und an den Leuten, die dieses Land bevölkert. Also, ich möchte, dass wir gemeinsam schauen, wir haben das gemeinsame Interesse in diesem Boot Deutschland und darauf basiert es. Darauf bauen wir auf und dann schauen wir, was wir trotz der allen gegensätzlichen Meinungen, die wir haben, ideologische Strömungen, die wir haben, von ganz rechts bis irgendwie sehr hart muslimisch zu, auch noch liberal muslimisch, wenn es nicht die ist, die vom Staat gesponsert und gegen Islam sind und so weiter. Wenn wir die alle zusammenführen können und schauen können, was ist unsere gemeinsame Basis und nicht jeder einfach nur in seiner Bubble bleibt. Also, was er da wieder rumfaselt, jetzt schauen wir uns mal auch in den Bericht in Bremen. Denn da ist er wohl verklausuliert trennen, das ist der bremische Verfassungsschutzbericht, der aktuelle und hier Anhängerschaft des iranischen Regimes in Bremen und Umgebung. Und da ist er natürlich hier drinnen und da wird es ungefähr ähnlich gesagt mit Apartheid-Staat, Israel gegen sunnis-arabische Regime, Hetzen. Das ist sogenannter schiitischer Islamismus. Da passt er genau rein. Und gegen den Mainstream. Das umschreibt ihn. Er wird wahrscheinlich dann im nächsten Jahr prominenter erwähnt werden. Mal schauen, wie lange sich der Kanal noch halten wird. Eigentlich mal Zeit, dass er verboten wird. AfD-Rechte in ihrer Bubble bleiben. Schiiten in ihrer Bubble bleiben. Sunniten in ihrer Bubble bleiben. Irgendwelche Freikirchen-Christen in ihrer Bubble bleiben. Das ist einfach, das bringt aber nichts und darüber freut sich der Staat. Darüber freut sich ein Staat, der leider in diesen Tagen, das ist ja die Kritik, aus meiner Sicht nicht die Interessen des Volkes mehr im Auge hat. Dummes Geschwätz. Und der freut sich, wenn man sich dann aufsplittert in lauter verschiedene kleine Bubbles, die alle für sich hilflos sind. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir uns hier sammeln können bei Aktuarium. Genau, der Schmutz der Gesellschaft sammelt sich bei Aktuarium. Das hat er also richtig erkannt. Alle Feinde der falsch-demokratischen Grundordnung und Antisemiten fühlen sich vereint unter diesem Hetzer. In zahlreichen Beiträgen wird dem Staat Israel das Existenzrecht gänzlich abgesprochen und in diesem Rahmen Israel-bezogener Antisemitismus verbreitet. Ja, schaut, da haben sie einfach die typische Antisemitismus-Definition genommen, die wer verbreitet und wer erfunden hat, richtig, Israel selbst. Das ist einfach frei erfunden, was er da sagt. Ja, das ist natürlich keine Definition, die irgendwas mit Juden zu tun hat, sondern da geht es nur um Israel, wie üblich. Nein, wie könnte es auch nicht, wenn es mit Juden zu tun haben, bei dem jüdischen Staat, dem einzigen. Die ist schon ausführlich besprochen. Und ja, vollkommen korrekt, ein Existenzrecht gibt es nicht für Unrecht, gibt es nicht für Apartheid, gibt es nicht für Genuss. Deswegen gibt es auch keine Apartheid in Israel. Also jeder, der es behauptet, ist ein Dummschwätzer. Da besteht einfach kein Existenzrecht und so ein Staat Israel hat aus meiner Sicht, wie jeder andere Staat, der sich so verhalten würde. Aber sein Staat übrigens, der Iran, das ist ein Apartheidsregime. Keinerlei Existenzrecht, sowohl in seiner Geschichte, als auch in seiner Gegenwart, in der Apartheid, in der Besatzung, in diesem ganzen Projekt als Kolonialprojekt der westlichen Welt, heutzutage der USA, im Herzen der islamischen Welt. Also ja, ich sehe für Unrecht, sehe ich kein Existenzrecht. An Israel gerichtete Schuldzuweisungen erfolgen einseitig und undifferenziert. Also in der aktuellen Lage davon zu reden, es sei einseitig und undifferenziert, wenn sie täglich Kriegsverbrechen begehen, die sie selbst filmen und hochladen, das ist schon eine Unverschämtheit. Aha. Gut. So werden zum Beispiel die am 7.10.2023 von der Hamas verübten brutalen Anschläge auf Israel in verherrlichender Weise als Akt des Widerstandes dargestellt. Also zunächst einmal gibt es keine objektive Beschreibung davon, dass es brutale Anschläge wären. Ja, das ist einfach nur ein Narrativ aus Israel, was hier völlig gedankt ist. Achso, es ist ein Narrativ, Menschen zu köpfen, Frauen und Kinder zu vergewaltigen. Es ist also ein Narrativ. Also ich habe die Aufnahmen, wo einem Menschen unter dem Gebrüll ala Wakba der Kopf abgeschnitten wird, beziehungsweise abgehackt wird mit so einer Gartenhacke, das habe ich anscheinend doch nicht gesehen. Und die abgeschlachteten Menschen, keine Ahnung. Dankenlos übernommen wird. Was es auf jeden Fall ist, es ist ein Akt des Widerstandes, wie man den moralisch auch beurteilen mag. Und es ist auch eine Zeit... Achso, Vergewaltigung ist Widerstand. Oh gut. ...Zeitenwende im Widerstand, das habe ich direkt am Anfang schon so veröffentlicht und dazu stehe ich auch heute noch. Ja, dann wirst du dafür hoffentlich verurteilt. Unabhängig davon, wie man dazu steht. Selbst Israel selber sagt, dass es eine Zeitenwende ist. Hier fragt jemand, wird er vom Verfassungsschutz beobachtet? Wir reden doch gerade darüber, dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist der Verfassungsschutzbericht. Das ist nicht in einer verherrlichenden Weise geschehen. Abgesehen davon stehe ich natürlich dazu, dass sich Widerstand sowohl von den Palästinensern als auch von den Libanesen oder anderen Gruppen gegen dieses Kolonialprojekt für Moral... Die Libanesen leisten keinen Widerstand gegen Israel. Es ist nur die Chrisbollah. Und der Libanon wurde zerstört durch die Chrisbollah. Der Libanon war eine Perle des Nahen Ostens, eines der schönsten Länder der Welt und zerstört von seinen Islamisten. ... alles absolut gerechtfertigt halte. Letzter Absatz. Das ist ein bisschen merkwürdiger letzter Satz. Kanalinhalte stellen das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Gedanken der Völkerverständigung in Frage. Das sind so diese beiden typischen Kriterien, mit denen in Deutschland regelmäßig Vereine verboten werden. Genau. Und deswegen will ich dann auch hoffen, dass der Kanal bald weg ist. Wenn sie sich in ihrem Verein, eben in ihrem Vereinsgeschehen gegen die demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung richten. Übrigens, Gedanke der Völkerverständigung bezieht sich nicht auf Russland. Mit dem wollen wir uns nicht verstehen. Er bezieht sich auch auf kein anderes Land der Welt. Es geht immer nur um Israel. Wenn es um den... Das ist absolut der Schwachsten, was er da erzählt. Das ist halt klassischer Judenhass von ihm. ...sogenannten Gedanken der Völkerverständigung geht. Aber das noch merkwürdigere ist, ich bin ja gar kein Verein. Das hier ist ein YouTube-Kanal, der hier... Ja, und der muss weg. ...in meinem schönen Kellerzimmer, für das ich sehr dankbar bin, mit einer einfachen, aber ausreichenden Ausstattung, für die ich auch sehr dankbar bin, aufgenommen wird von einer Einzelperson. Ich mache das auch nur alleine. Hier gibt es keinen Verein, in keinem Sinne. Warum steht das da? Und dann auch, stellt das Bekenntnis in Frage. Welches Bekenntnis denn? Und da muss ich doch mal sagen... Das nennt sich Grundkonsens. Unser Bekenntnis zur freisicht-demokratischen Grundordnung. Wem das nicht passt, kann das Land ja gerne verlassen. Wundere ich mich doch über die Verfassungsschützer. Die müssten doch das Grundgesetz kennen. Es gibt keine Verpflichtung, jetzt hört zu, es gibt keine Verpflichtung dazu, dass ich mich zu irgendetwas bekennen muss. Ich bin geborener deutscher Staatsbürger, zur Hälfte auch mit deutschen Vorfahren. Ich bin nicht verpflichtet, durch das deutsche Recht, mich zu irgendetwas zu bekennen. Ich muss mich nicht bekennen zur demokratischen Grundordnung. Ich muss mich auch nicht bekennen zum Gedanken der Völkerverständigung. Das muss ich einfach nicht. Wenn ich jetzt eingebürgert werden würde, dann müsste ich tatsächlich mich dazu bekennen. Bin ich aber nicht, ich kann meine Meinung äußern, wie ich es frei möchte. Ja, und dann bist du vor Gericht, wie letztens. Es gibt gesetzliche Einschränkungen dafür, aber eine Bekenntnispflicht, eine Bekenntnispflicht gibt es einfach nicht. Und das Absurde ist, ich bin ja nicht einmal gegen freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung. Im Gegenteil, das sind sehr schöne Begriffe, richtig ausgefüllt und interpretiert unterstütze ich die und würde ich die auch gerne verbreiten. Wenn allerdings mit dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung LGBT-Propaganda gemeint ist, dass man die Familie vernichten muss. Das sagt niemand bei LGBTQ oder LGBTIQ, dass die Familie vernichtet wird. Lass den Menschen doch leben, wie sie wollen. ... kleine Kinder im Kindergarten und in der Grundschule indoktrinieren muss, dass Mutter, Vater... Geschichten aus dem Paulaner Garten sind das wieder. ... nur eine von 10.000 verschiedenen Familienkonstellationen sein und alle anderen sind gleich gut und gleichwertig. Und zwei Männer können auch irgendwie ein Kind bekommen. Ja, er sagt, Völkerverständigung muss interpretiert werden. Der Typ ist einfach fernab jeder Vernunft. Wenn das damit gemeint ist, ja, dann stelle ich nicht nur das Bekenntnis infrage, sondern ich richte mich dagegen. Und der Gedanke der Völkerverständigung, ein schöner Gedanke. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir massig Waffen liefern an einen Staat, der gerade... Der sich verteidigt gegen die schlimmsten Verbrecher dieser Welt. ... Christinenser massakriert, Deutschland zweitwichtigster Waffenlieferant. Wenn das mit dem Gedanken der Völkerverständigung gemeint ist, dann wie gesagt, nicht nur, dass ich das Bekenntnis ablehne, ich richte mich ganz massiv dagegen. Wozu man in Deutschland verpflichtet ist, sich an die Gesetze zu halten. Aber nicht ein Bekenntnis abzugeben und dann auch noch von Begriffen, die so gummibandartig formuliert sind, dass jeder darunter verstehen kann, was er will. Und die Hoheit liegt dann jeweils bei der Macht, in diesem Fall Verfassungsschutz, die einfach sagt, ja, damit ist jetzt zufällig in unserer Generation, vor einer halben Generation galt das noch nicht, aber in unserer Generation ist damit LGBT-Ideologie gemeint, die ich einfach so schlucken müsse. Und Gedanke der Völker... Mein Gott, ist das unerträglich. Kommt da noch mehr von dem Müll? Ich spule mal ein bisschen vor. ...vom Verfassungsschutz Niedersachsen. Warum beobachten Sie diesen Kanal? Weil du verfassungswidrige Inhalte von dir gibst und gegen Minderheiten und gegen Juden hättest. Ganz einfach. Diesen Kanal geht keinerlei Gefahr aus für die Grundordnung. Ich richte mich nicht gegen das Grundgesetz. Ich rufe nicht... Ach doch, das... Doch, natürlich richtest du dich gegen das Grundgesetz. ...aus. Es ist keine Bewegung. Ich bin nicht einmal Mitglied irgendeiner Partei. Nicht... Ja, zum Glück. ...von all dem. Was schreiben denn die Leute denn drunter in den Kommentaren? Ja gut, üblicher Müll. Wenn man dir Antisemitismus vorwirft, dann machst du alles richtig. Dieses Angebot einen Verfassungsschutz. Einzelperson, die ihre Meinung kundgut zu verschiedenen gesellschaftlichen, politischen Themen und das absolut transparent und öffentlich tut. Ich weiß ja, dass Sie das gerade sehen. Das haben Sie ja bestätigt durch Ihre Beobachtung. Deswegen möchte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten. Und das meine ich genauso, wie ich es jetzt sage. Ich möchte mich gerne dafür zur Verfügung stellen. Ich bin absolut damit einverstanden, wenn wir einen Termin vereinbaren... Nee, das... Mit dem Verbot eines Kanals kannst du dann am Ende ja vom Bundesverwaltungsgericht klagen. Sie mich interviewen. Sie machen einfach ein Interview mit mir. Sie fragen mich, was Sie wollen. Zu meinen ideologischen Standpunkten, zu Standpunkten rund um den Widerstand gegen das Apartheid-System. Fragen Sie mich, was immer Sie wollen, damit Sie Ihre Standpunkte, meine Standpunkte für sich festhalten. Das Ganze machen wir mit Kamera. Ja, der Geheimdienst will sich sicherlich mit Kamera... Nein, also das ist natürlich eine dumme Show. Ähm, man muss sich auch auf sowas nicht einlassen. Warum, warum, äh, warum sollten die mit sowas reden? Sie möchten, ist die Kamera... Er nimmt sich unglaublich wichtig. Er wird vor Gericht landen, er kriegt ein Urteil und hoffentlich landet er irgendwann im Knast. ... war auch nicht auf Ihre Mitarbeiter gerichtet. Ich kann das verstehen, dass Sie die nicht auf Video haben wollen. Die Kamera ist nur auf mich gerichtet. Aber wir machen Tonaufnahme dann von allen, von Ihren Fragen, von meinen Antworten. Ungeschnitten, komplett laden wir das Video hoch. Und Sie können das Video natürlich auch bei sich speichern. Und dann haben Sie alle Fragen beantwortet, die Sie überhaupt nur stellen wollten. Sie brauchen den Kanal nicht... Die Fragen kriegen Sie beantwortet vor Gericht. ...nötig beobachten, dafür extra jemanden abstellen, der diese Videos schauen muss. Obwohl er vielleicht gar nicht möchte, falls er doch möchte. Äh, schaust du dir gerne an. Also, bei... Das braucht man sich nicht weiter anschauen. Das ist halt maximal dummes Geschwätz. Bei seiner Anhängerschaft mag diese Show halt gut ankommen, weil das alles sehr bildungsferne Vollidioten sind. Hasszerfressende Antisemiten. Ähm, aber es ist halt... Ist halt Unsinn, was er da von sich gibt. Er kriegt seine Antwort vom Verfassungsschutz in, in Form von Strafverfahren am Ende. Äh, und Verbotsverfahren. Und das ist dann auch gut so. Und er wird auch bald dann, äh, vor dem Landgericht seine Quittung bekommen. Ähm, ja. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Natürlich meinen Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren. Glocke aktivieren ist ganz wichtig. Like da lassen. Und äh, schreibt gerne rein, äh, was ihr glaubt, was bald bei ihm so ankommen wird. Und Feedback. Danke.